Ich bin Maria, ich bin Funktionsentwicklerin und arbeite für das hochautomatisierte System DrivePilot. Als Entwicklungsmannschaft sind wir dafür zuständig, dass der DrivePilot viele unterschiedliche Situationen sicher auf der Straße beherrscht. Der DrivePilot kann über die zusätzlichen Tasten am Lenkrad aktiviert werden. Diese Tasten leuchten jetzt türkis, das heißt das System ist aktiv und ich kann als Fahrer meine Hände vom Lenkrad wegnehmen. Auf geeigneten Autobahnabschnitten und bei hohem Verkehrsaufkommen, wie zum Beispiel einem Stau oder stockendem Verkehr, kann der DrivePilot bis zu den gesetzlich vorgeschriebenen 60 kmh die Fahraufgabe übernehmen. Jedoch muss ich immer übernahmebereit bleiben, falls das System mich dazu auffordert. Wenn der DrivePilot aktiv ist, regelt er selbstständig die Geschwindigkeit und den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ein und hält das Fahrzeug souverän in der Spur. Der DrivePilot baut auf den Sensoren des Fahrassistenzpakets und der 360-Grad-Kamera auf. Zusätzlich zu der Stereokamera und den Radaren ist ein Laserscanner, der sogenannte LIDA verbaut. Der LIDA misst optisch Geschwindigkeit und Abstände, zum Beispiel zu dem vorausfahrenden Fahrzeug. Hier verbirgt sich eine Antenne für das Differential GPS. Mit Hilfe von Differential GPS und einer hochgenauen HD-Karte weist der DrivePilot zentimetergenau, wo wir uns in der Welt befinden. Zusätzlich bezieht der DrivePilot aus der HD-Karte auch Informationen über die Straßengeometrie oder zum Beispiel Verkehrsereignisse. So haben wir zum Beispiel ein Pfannenfahrzeug vor uns, welches in die Spur reinragt. Der DrivePilot umfährt das Hindernis innerhalb der eigenen Spur. Wenn der DrivePilot erkennt, dass ein anderes Fahrzeug in unsere Spur einscheren möchte, kann der DrivePilot auch selbstständig verzögern. Sollte der Einscherer unsere Spur wieder verlassen, baut der DrivePilot einen passenden Abstand zum Vorausfahrer auf. Zusätzlich in der Heckscheibe ist eine Multipurpose-Kamera verbaut, die nach hinten gerichtet ist. Zusammen mit den Mikrofonen in dem Innenraum können so Einsatzfahrzeuge erkannt werden, die sich von hinten nähern. Der DrivePilot erkennt das Einsatzfahrzeug und fordert mich auf, die Fahraufgabe wieder zu übernehmen. Der DrivePilot ist ein Meilenstein für das hochautomatisierte Fahren und es macht riesen Spaß, ein Teil dieser Mannschaft zu sein. Nach neuen Lösungen zu suchen, diese im Code umzusetzen und dann einfach zu sehen, wie es auf der Straße funktioniert. Der DrivePilot